Und dann lerne ich Leute kennen, wie den Hafner, nur durch, also so ein Mensch, der hat nur ein Buch, den habe ich nie wirklich genannt. Aber auch erst nach, 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 nach ungefähr 8 Jahren, wie lange so das weg, kommen immer noch neue Monitur in mein Leben, oder auch ich biete so, die hab ich jetzt kenn ich jetzt seit einem Jahr. Und dann geht's erst richtig ab, ne? Selbst mit 10. So, und das Lesen wird immer geiler, im Prinzip auch wenn ich durch die Menge leid, und das auch immer noch aktuell ist, ne, dieses Leid. Aber das ist ja auch, das ist ja auch ne Baustelle, die noch lange nicht irgendwie, äh, 121 zufriedenstellend ist. Aber man muss sich damit zufriedenstellen, um da wirklich Fortschritt zu machen. Das ist ja, da sind ja die Paradoxität einfach. Das sind wirklich Sachen, wo dann schon wichtig ist, wenn man anfängt nachzudenken. Aber das ist ja nur mein Schicksal. Ja, das ist nur mein Schicksal. Das ist der Schweinemann. Ja, das andere Schicksal. Sie hat Philipp, das ist auch ein krasses Schicksal, weil der Typ das kenn ich, und auch der ist. Und ja, und du hast halt nicht dieses Depp, wahrscheinlich ist das ja Depp. Das kam mit Depp, Menschen, also reale Menschen. Und dann hast du oft gehabt, Alex, oder so. Aber das ist, aber, das ist, aber, das ist mehr ein Kumpel. Das ist, das ist eigentlich diese krasse partnerschaftliche Beziehung. Weil, was dann zwischen Mann und Frau abgeht, das ist ja halt nochmal ein Level, die hat da, weil die Dualität ja dann voll zuschlägt, weißt du? Das ist, das heißt nicht, dass du nichts für Frauen am Hut hast, ne. Vielleicht ist das auch das, was dir jetzt wahrscheinlich, das denke ich schon seit Ewigkeiten, das denke ich schon seit Ewigkeiten. Dass Frauen nochmal nicht komplett aufbrechen. Also nicht Frauen allgemein, aber so, klar, aber wer weiß, was auch immer, ne. Was auch immer. Aber man darf sich auch nicht festnageln und Tollernacken. Aber man muss halt Leben schon so nehmen, wie das hier halt so gemacht ist, ne. Und damit meine ich nicht, nicht, nicht die infizierte Zelle. Damit meine ich nicht die infizierte Zelle. Damit meine ich das, was übrig gibt für die Peste zu sein. Das, was mit dem da drin ist. Es kann, man kann. Das ist ja das. Die Vollmaschinengriffe sind da draußen. Und die wunderbaren Wesen sind trotzdem am Start. Das ist ja die Zelle. Nein, die Zelle ist nicht allmächtig. Die Zelle ist nicht allmächtig. Sie kann das Licht nicht. Das geht doch gar nicht, Alter, ne. Das scheint überall durch. Die Zelle ist so ganz groß. Ich stelle mich auch nur extrem als Runde. Ja, ich weiß, dass ich kein Spiel. Ich kenn ja kein Spiel. Sie fragen, wie verhält sich denn der andere darauf hin. Das ist ja das. Aber gefährlich. Du kannst ein gefährliches Spiel. Nein, nicht. Nein, ich bin ein Kleiner. Du spielst halt deine Rolle. Ich bin halt ein fürüchtiges Wesen. Nein, nein, nein. Das ist so. Ich meine, ich habe gerade eine Kombination mit Jaguar und irgendwelche anderen Sachen. Was soll da rauskommen? Aber du musst Sachen in deinem Leben machen. Ja, ich meine. Du musst Sachen in deinem Leben machen. Und ich finde das auch geil. Weil der Potenzial auch nicht groß ist. Weißt du, ey, ich finde mich auch geil. Das ist ja das. Das ist das Wichtigste. Ja. Das ist das aller Wichtigste. Ja, 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 ja. Ich finde das geil. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Und das ist bei jedem ein bisschen anders. So, ne? Das ist nicht immer ganz gleich. Aber das sind die gleichen Prinzipien. Das sind immer diese gleichen Angstprinzipien und so. Aber im Detail ist das ein bisschen anders bei jedem. Darum kannst du das ja ein bisschen klar vermitteln. Warum kann man ja immer nur irgendwie um den rei herung schwimmen, sozusagen. Was das Essenz da angeht, sozusagen. Kann nur so gut wie möglich sein. Aber trotzdem hat jeder sein eigenes Konzentrat. Weil das jeder in seinem eigenen Wert sind. Und das ist die Wahrnehmung. Das ist halt ein bisschen anders bei jedem. Der ist sein eigenes Konzentrat. Hä? Der ist sein eigenes Konzentrat. Ja. Oder ist, je nachdem. Konzentrat? Hast du Konzentrat zu sagen? Wie gesagt. Ich hab... Wie geil. Bei Katzen ist Konzentrat zu bekommen. Dabei hat er gesagt Kreuz zu tragen. Weil er sagt das immer. Mit dem Kreuz... Das Kreuz zu tragen. Jeder hat sein eigenes Kreuz zu tragen. Aber das ist ja auch... Aufpassen. 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 Ich bin kein Lebensmann einer. Aber... Aber... Alles was mit dem Aber jetzt nicht... Naja. 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 Oder ich verarsche mich selber. Wenn ich mich selber verarsche... Ja natürlich. Das machst du immer. Naja. 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 Das ist halt... Das ist halt... Das ist halt... In keinem Gegensatz... Ne. Dazu was Menschen mit dir machen. Und was die Menschen mit dir machen. Naja. Das sind eben keinen Gegensatz. Das Mensch auch eine Information für dich, das macht es ja auch alles erst möglich. Nein, Körper. Das habe ich schon vor 8 Jahren gesagt. Nein. Kommt gerade. Ich bin Volllack. Bei dem Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko. Ich bin Volllack-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-Panko-P Das ist nichts anderes zu einigen, Alter. Und dafür rede ich mir gerne den Motoren. Weil ich weiß nur, dass es so funktioniert. Das ist halt total gelangt. Das ist mal wieder gelangt. Wie öfter man sich halten muss, desto weniger robust ist es. Irgendwann brauchst du das ja nicht mehr. Man braucht das ja zunehmend weniger. Das löst dich ab. Das ist wie ein Lernensystem. Irgendwann ist es automatisiert. Du kommst klar. Trotzdem kommst du besser klar, sage ich mal so. Aber der Entwicklungsprozess wird nie auswirken. Es geht nicht mal weiter. Ja, das kann nicht anders sein. Das kann nicht anders sein. Wie soll es anders sein? Es gibt kein Ende. Weil warum wird es Ende geben? Es gibt keine Unendlichkeit. Es gibt nur die Unendlichkeit wahrscheinlich. Weil das Nichts ist nicht vorzustellen. Das ist absolut nichts. Auch wenn es nicht vorzustellen ist. Trotzdem naja, trellala. Aber das gibt ja nicht mit. Für mich ist es keine Unendlichkeit. Es gibt nur die Unendlichkeit. Und keine Unendlichkeit. Und keine Unendlichkeit. Ich will gar nicht, was passiert. Ich will gar nicht, was passiert. Die Eben Cyborgs sind vielleicht noch ein Haufen. Stopp. Um sich zu erfahren. Das ist ja zufällig der 24. Herz. Das ist wie Weihnachten im letzten Fisch. Ach nee, haben wir schon wieder? Ja, haben wir schon wieder? Ja, wir haben schon wieder. Das stimmt. Keiner, ich habe schon ein Montag. Ach so, dann ist das Quartier jetzt schon mit. Ich leute einfach. Na klar. Ich klopfe ein bisschen an die Kräfte von Zahlen. An die Kräfte von Zahlen. Keinen Tag ist mir recht. Klar, wenn man sich das alles einlegen. Das ist ja genau auf Weihnachten, die nicht nur auf die Krassung ist. Das ist ja die Frage. Wie hoch der Platinum-Effekt ist. Und wenn, dann ist es ja nur noch ein Beweis mehr an dem Kass in diesem Kappen. Der Gedanke ist. Das ist so krass. Das ist so krass. Ja, 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 ja. Der Trink ist auch immer noch ein Hut-Gang. Ja, ja. Der Hut-Gang? Ja, oder Hut-Gang. Definitiv. Wie hat sich da jetzt die Bäume mit eingeschleuert? Ja, ich hoch. Ich hoch. Manchmal hoch. Wenn du pickst als Hahn die Sahne. Wenn ich nochmal blüten werde, dann ist es... Kurzlebig, aber... Bei mir aber noch eh mal. Aber das war nur ganz wichtig, weil ich gerne noch das wahrgenommen habe. Aber ich habe es scheinbar wahrgenommen. Als ich ja gesehen habe. Und hier unten am Eintracht. Jetzt? Gerade vor? Nee, vorne. Weil ich mich auch viel verstanden habe. Das habe ich dann nicht mehr so richtig gesehen. Ist egal, ist egal. Das war auch nur ganz, ganz leicht. Das war ganz, ganz leicht. Das war ganz, ganz leicht. Und man verfeiert die Wahrnehmung. Weil ich verfeiert die Wahrnehmung immer mehr. Dass man das sofort wahrnimmt und dann fast schon stoppt. Und dann gibt es natürlich die größten Trigger in deinem Leben. Die allergrößten Trigger. Das ist bei mir ganz klar. Bei jedem ist das ganz klar. Also klar, nach meiner Ex ist es natürlich mit meiner Mutter. Und mein Vater. Und mein Bruder. Und mein Bruder. Mein Bruder. Genau, Alter. Und mein Bruder. Der kann so krass aus mir rausziehen. Und du. Und du. Mach mir weniger. Aber. Einmal noch. Aber das ist was energetisches. Das ist irgendwie was rein energetisches. Wenn man dieses Wort in den Mund nehmen möchte. Das ist schon ein geiles Wort. Um das zu erklären alles. So. So. Dass du mich halt. Dass du mich halt. Mehr auf die Palme rüttest. Mehr auf die Palme rüttest. So. 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 Statistische Säde oder wie? Ne, es gibt Leute, die eben machen das fest. Es ist wie eine Schablone. Ich weiß doch, ja. Das ist gut. Wahrscheinlich ist es auch im Endeffekt Statistik. Wahrscheinlich ist es nicht einfach Statistik. Das Potenzial eines Konflikts... Skorpion und Steinbock haben meistens Harmonie. Und das ist bei Zwilling das gleiche, aber trotzdem, da braucht man nicht suchen. Vielleicht ist ja auch die Partnerschaft mit dem meisten Widerstand, weil das auf der gesunden Ebene ablaufen kann, die fruchtvollste. Da darf man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das sind Tools, aber... Du entscheidest ja dann nicht nach Liebe. Ne, ne, ne. Man entscheidet aus Tivoren. Man entscheidet aus der Intuition. Und dann passt das alles zusammen. Weil es ist ein Mix. Es ist ein Mix aus Gedanken und Erinnerungen, aber auch... Vielleicht ist es auch einfach ganz elementar ein Gefühl. Wenn es um die Partnerschaftlichkeit geht. Vielleicht weiß man es auch irgendwann. Und ob jetzt zum Beispiel noch Weiterleben angesagt ist oder Trennung angesagt ist. Also bei manchen Sachen, das drückt so stark durch, dass man... Da war es schon von ausgekommen. Es ist... Wie, wie eine Wahrheit ist. Was drückt bei dir durch? Ich hatte mal so eine... Ich kann jetzt ein anderes Beispiel nennen. Ein einfaches Beispiel. Wo ich es bei mir krass durchgedrückt habe. Da wusste ich um eine Ex-Fundin von ihm... Nee. Sie war sogar in meinem Lebensraum. Und der Vater ihm war es egal. Am Herzen musst du auch Geld halten. Und dann musst du Geld haben. Und die hat kein Geld von mir. Irgendjemand gekifft so. Und dann wurde ich eine Nacht... Ich konnte diese eine Nacht auch nicht schlafen. Ich war wach. Dieser Gedanke war so, so permanent. Bis wenn wir noch im Großteil gefangen haben. Nach 3000 Euro. Und das war auch so ein Moment. Wo das am krassesten Erfolg kam. Diese... Weil das so durchdruckt. Die Wahrheit. Die Intuition. Das hat nichts mit irgendwelchen Engeln dieses Kind gehabt. Oder irgendwelchen Täuschungen. Oder dass sie mich täuschen. Nein! Ich weiß es. Das war ein Moment der Wahrheit. Der Engel. Das war kein Engel. Der Engel. Seine Stimme. Perfekt. In meiner Perspektive war es dann ein Engel. Der mit diesem... Oder warum konnte ich nicht schlafen die Nacht? Das war eine Energie. Das war irgendwas. Was auch immer. Was auch immer. Aber die Wirkung war da. Weißt du? Die Wirkung war da. Und dann habe ich das gemacht. Und dann weiß ich... Und dann hinterher immer, ne? Ja, Alter. Was ist wenn der das Geld mal genommen hat? Für sich. Und sich beschissen hat. Bullshit. Bullshit. Ja. Vor allem das Geld. Das ist... Ein schönes Bindemittel. Ja. Ich bin ein sehr gut. Ja. Ich bin ein sehr guter. Ja. Du hast das Geld. Ja. Das war eine Sache. Ja. Ja. Es... Was fällt mir ein sehr guter. Was fällt mir ein sehr guter? Was fällt mir ein sehr guter? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Erstmals spielen sie das beste. Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich möchte gerne dieses T-Shirt machen, wo eine Katze auf einem Sofa sitzt. Darüber steht Relax. Und auf der anderen Seite des T-Shirts sitzt auch eine Katze auf einem Sofa. Aber unter dem Sofa ist noch ein Truck, was das Sofa bewegt. Und darüber steht Hard Work. Der ist gut, oder? Ich finde den geil. Der ist geil. Das ist das Perfekte. Da kannst du einen Million verdienen. Delegation. Delegation ist die Haupt-Tür. Du musst halt irgendwie machen, du musst halt am Gerhard klicken. Die Eigenschaft einer Katze. Delegation. Was sagt euch umsonst? Rechtiger Perser-Pascha sucht Dosenöffnung. Du kannst ja nur Geld verdienen. So da. Wenn du jetzt wo du hingehen musst. Könnte ich mir einiges von der Seele reden. Das könnte ich. Gut. Okay. 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 Ja. Danke. Danke. Amen. 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 So kostet die Gefährlichkeit groß. Amen. 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 Malzah. Sie hat sich angeguckt. Sie hat sich angeguckt. Weil das war so cool. Wie geil! Das ist auch eine geilste Toxinstru. Super geil! Mein Bruder und ich singen mir das manchmal nach. Super geil! Herzlich. Ich hab mal eine Zahl zwischen 1 und 128. 7! 185 185 195 195 205 205 205 215 226 226 227 227 237 238 248 zu denen musst du anfangen zu singen. Und wenn du keinen Bock mehr hast, auf diesen beiden Ebenen zu singen, dann findest du automatisch die nächste Harmonie, Spado oder was auch immer, die dann zusammenfassen. Hä? Jawoll. Das ist die Selbstzüge. Das ist die Selbstzüge. Ich habe das Wort. Ein Hopsi-Chord. Das klingt wie eine alte aristokratische Hofnarklampe. Ein Narrengerät. Ein Narrengerät. Das sagt uns ins Name. Die Eulenspiegelei. Jedoch ist die Eulenspiegelei begrenzt auf den Willen des Hof und Meisters. Wir sind die drei Oberkönig mitunter. Ja, ich tante mich ab und zu mal als Berater des Königs. Weil das ist ja die Definition des Oberkönigs. Der Berater des Königs. Da gibt's ja noch andere Berater. Da gibt's ja noch Bücher. Die Berater des Königs haben die Welt geformt, wie sie heute ist. Wissen Sie? Immer die, die im Licht und im Schatten stehen. Die... Alle meine... Lämmchen. Alle meine Lämmchen. Alle meine Lämmchen. Und dann halt. Die Lämmchen Chибak. Die Lämmchen. Das war's für heute. The Rhythm. Es sei denn, man macht Musik auf die Stille zu hören, aber... The Rhythm, 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 macht man Tanzmusik, will man Tanzmusik machen, dann geht's über den Rhythm, ja, das was... Hören Sie, was die haben zu spüren, Frau. Und tanzen Sie zu der... Ja, tanzen Sie zu der Strippe. Tanzen Sie zu der Strippe. Und dann die Kombination mit dem, was du davor gemacht hast. Du wirst zur Meisterin, absolut, ey. Du kannst gleich muss ich mal machen. Meister schon. Aber diese Kombination, das, was du vorher machst. Und das, was du gerade anfängst zu machen, so. Weil das ist natürlich schwer, weil da müssen die beiden Hände was Verschiedenes machen, oder? Das ist gar nicht so einfach. Ich bin auch ein Anfängerklavier-Pianist im Endeffekt. Ach, das ist emotional. Das ist superentscheidend. Andere Leute machen ganz... Aber du hast die Skills, du machst das klar. Aber ich weiß das, ich weiß das. Das soll bald bleiben. Das soll irgendwie viel, wo die Musik umfasst sich. Das soll irgendwie... Und wie auch ja... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Jetzt machen wir Stop auf der 52 und spielen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das war's. 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 Das war's.